Hallo, ich bin Leonie, 15 Jahre alt und Schülerin an der Berufsschule in Horb. Ich bewerbe mich für den Jugendgemeinderat, da ich mich engagieren und etwas bewirken möchte. Dazu möchte ich gerne eure Ansprechpartnerin sein und eure Träume und Wünsche umsetzen. Ich möchte viele Erfahrungen mit unserem Team machen und die Projekte der letzten zwei Jahre fortsetzen, da diese für euch und für uns sehr wichtig sind. Wenn ihr meine Meinung vertretet, dann wählt mich. Make the difference!